Ich zeige euch heute, wenn man bei Adler den perfekten Lack produziert. Unsere Kunden erwarten 100%ige Qualität und wir sorgen dafür, dass sie die erkehren. Lackansetzen ist ein bisschen wie Kuchenbacken. Da wie dort braucht man ein genaues Rezept, die besten Zutaten und ein gutes Handel. Es ist gar nicht so einfach, jeden Tag einen perfekten Lack anzurühren. Zum Glück bringen wir beim Adler eine gründliche Ausbildung zum Lackbacker weiter. Da bin ich dann für jede Herausforderung gewappnet. Heute habe ich wieder ein paar Tonnen Adlerlacke hergestellt. Ich bin gespannt, was damit einmal beschichtet wird. Fenster, Möbelstücke oder eine Wand? Gut ausschauen wird es auf jeden Fall. Möbelstücke, 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 Möbelstücke. Vielen Dank.